Hey, falls du es nicht in die Höhle der Löwen geschafft haben solltest und deshalb noch das Geld für deine Business-Idee auftreiben musst, haben wir hier mal ein paar richtig gute Tipps für dich. Ich bin Martin von Cevdesk und nehme dich mit in die Welt der Startup-Finanzierung. Natürlich ist deine Geschäftsidee das wirklich Wichtige, wenn du dich selbstständig machen willst. Planst du ein Startup im Bereich Dienstleistungen, kannst du ziemlich schnell ohne großen Invest loslegen. Vermutlich brauchst du dann Geld für größere Investitionen, deshalb hinsetzen, nachdenken, Businessplan schreiben. Eine kostenlose Businessplan-Vorlage findest du auf unserer Webseite, den Link dazu findest du hier oben. In unserer Videobeschreibung haben wir dir auch nochmal ein Video verlinkt, in der wir ausführlich über den Businessplan reden. Lass uns jetzt ein Stück weiter gehen und darüber reden, wie du dein Startup finanzieren kannst. Erstens Bootstrapping oder auch die Finanzierung aus eigenen Mitteln. Das bedeutet nichts anderes, als du schaffst das komplett alleine. Deine Strategie und die Realisierung, deine Idee sind dann an knappe Ressourcen angepasst. Bootstrap heißt auf Deutsch Stiefelriemen und der hilft dir dann eben, dein Schuhwerk ganz alleine anzuziehen. Im übertragenen Sinne also keine Fremdfinanzierung, keine fremde Hilfe. Und wenn du dein erstes Geld verdient hast, investierst du es sofort wieder zurück in dein Business. Der Vorteil bei dieser ganzen Sache, du bist unabhängig, keiner redet dir rein, aber bei der ganzen Sache musst du darauf achten, dass du den Cashflow im Fokus behältst und dich echt disziplinierst. Und du musst alles alleine machen. Das muss dir auf jeden Fall klar sein. Du musst wirklich alles selbst erledigen. Geld für Mitarbeiter ist hier in der Regel einfach nicht übrig. Du würdest vielleicht gerne jemanden einstellen, aber du kannst das einfach nicht. Gute Beispiele, bei denen das Bootstrapping geklappt hat, sind MyMuesli und WeTransfer. Zweitens Familie und Freunde. Nein, man muss kein Rich Kid sein, um sein Startup mit der Hilfe von Familie und Freunden zu finanzieren. Eigentlich ist das so etwas wie ein kleines Crowdfunding. Aber auf das Crowdfunding gehe ich später nochmal ein. Du kannst Geld einsammeln, vergiss aber nicht ein paar Regeln zu beachten. Stelle deine Idee so vor, als würdest du sie einem Banker präsentieren. Nimm deine Investoren ernst und berücksichtige sie. Es gibt wohl keinen Punkt, an dem man schneller in Streit geraten kann, als wenn es um Geld geht. Der Vorteil beim Family und Friends Modell sind einfach die Konditionen fürs Geld leihen. Denn die sind der Regel einfach etwas freundlicher. Die Möglichkeiten, die sie sich hier anbieten, du bekommst einen Kredit oder die Leute erhalten eine Beteiligung. Hier auch eine Empfehlung für dich. Im Familien- und Freundeskreis eingesammeltes Geld sollte die Summe von 50.000 Euro nicht überschreiten. Drittens Förderung durch Kredite, Zuschüsse und Beteiligung. Einen riesigen Fundus an Förderungskrediten und Zuschussmöglichkeiten hält die KfW bereit. Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die weltweit größte nationale Förderbank. Hier, wir blenden es mal ein, findest du einen Überblick über das Gründen und übrigens auch über nachfolgende sowie entsprechende Förderungsprogramme der KfW. Eine Bank brauchst du für solche Förderungen trotzdem. Denn diese wickelt zum Beispiel die staatliche Förderung ab. Aber aufpassen, wenn du bei deiner Bank wegen solcher Förderungen nachfragst, geben sie oft nicht so super gerne Auskunft. Sie wollen ganz einfach ihre eigenen Finanzierungsprodukte an dich verkaufen. Bleib deshalb hartnäckig. Bekommst du einen Gründerzuschuss, ist das so ziemlich die feinste Sache. Denn den brauchst du nicht zurückzahlen. Bei einer Beteiligung erhältst du Geld, du gibst aber dafür einen Teil deiner Firma ab. Du bist jetzt dadurch nicht mehr ganz alleine der Chef. Was aber für dich interessant ist, ein Investor hat kein Anrecht auf Rückzahlung seines Geldes. Viertens der Bankkredit. Das ist sozusagen der Klassiker. Und bei einem Existenzgründer ist es eben ein Existenzgründungsdarlehen. Hier ist es ganz praktisch, dass die Verhältnisse geklärt sind. Zins und Tilgung sind dir bekannt. Die Bank will einfach nur, dass du das geliehene Geld zurückbezahlst. Das passt dann zu dir, wenn du quasi schon von Tag 1 deines Geschäfts mit Erträgen rechnen kannst und wenn du schon ein paar Kunden hast. Der Bankkredit ist wohl die beste Lösung, wenn du niemanden haben willst, der dir reinredet. Wertvolle Infos zu diesem Thema findest du in diesem Video hier oben. KfW Gründerkredit. Fünftens Business Angels und Venture Capital. Ein Business Angel kann tatsächlich sowas wie ein Schutzengel sein, besonders am Anfang deiner Gründung. Er hilft dir nicht nur bei der Finanzierung, sondern steht dir im besten Fall auch mit Rat und Tat zur Seite. Business Angels sind meistens ehemalige Unternehmer oder auch Manager, die wirklich wissen, wo es lang geht. Und manchmal schaffen sie es ins Fernsehen und werden zum Löwen in der Höhle. Da auch Business Angels nicht für Gottes Lohn arbeiten, musst du auch hier Unternehmensanteile abgeben. Aber die meisten von ihnen arbeiten mit einer Exist-Strategie im Hinterkopf. Meist verkaufen sie ihre Unternehmensanteile wieder nach dem ersten großen Wachstumsschub des Startups. Einige Ähnlichkeiten hat der Business Angel mit dem Venture Capitalist. Venture Capital heißt Wagnis oder Risikokapital. Bei einer Venture Capital-Beteiligung erhältst du als Gründer Kapital, jedoch gibt es das nicht gleiche in der Anfangsphase. Wer Venture Capital gibt, will nicht mehr Starthilfe geben, sondern er hat eindeutige finanzielle Interessen. Ergo sind die Investitionssummen meistens höher und die Kriterien, mit denen du abgeprüft wirst, sind schärfer. Hier geht es ganz klar nur um den Return of Investment. Sechstens Crowdfunding. Crowdfunding. Zusammen ist man wenig alleine und das gilt auch bei der Finanzierung einer Geschäftsidee. Crowdfunding macht sich die Kraft der vielen zunutze, weil das benötigte Kapital von einer Vielzahl an Geldgebern aufgebracht wird. Hierfür musst du dein Projekt auf einer Crowdfunding-Plattform einstellen. Das sollte möglichst attraktiv passieren und du musst gut darlegen können, wie du Geld verdienen möchtest. Der Einzelne riskiert nicht viel, die vielen können für dich sehr nützlich sein. Vielleicht bekommst du auch nützliches Feedback. Auf alle Fälle bist du es deinen Kapitalgebern schuldig, dass du regelmäßig aus deinem Business berichtest. Das bedeutet, du hast mit dem Reporting einen ziemlich hohen Arbeitsaufwand. Siebtens Gründerwettbewerb. Seine Startup-Finanzierung auf den Gewinn eines Gründerwettbewerbs zu stützen, ist ziemlich gewagt. Auch wenn diese Wettbewerbe mitunter bis zu mehreren Zehntausenden Euro ausschreiben. So gibt es zum Beispiel beim KfW Award Gründungschampions jedes Jahr ein Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro zu gewinnen. Was hingegen gut funktioniert und herrlich berechenbar ist, Kosten senken in der Gründungsphase. Was also alles auf dich zukommt, haben wir für dich in diesem Video um Gründungskosten zusammengefasst. Wie gesagt, alles was du sparen kannst, ist auch ein Gewinn in der Startup-Phase. Wir von Ceftes bieten dir deshalb unsere Leistungen bei der digitalen Buchführung mit einem Gründerrabatt an. Diesen Rabatt kannst du bei unserem Support-Team nachfragen. Schau einfach mal bei unserer Webseite vorbei. Und übrigens für Studierende bzw. Absolventen von Hochschulen gibt es die Möglichkeit des Gründerstipendiums. Ein Gründerstipendium muss nicht zurückgezahlt werden. Investieren musst du aber schon. Zeit und Geld beim Ausfüllen deiner Bewerbungsunterlagen. 8. Innovation Accelerator Incubator Ob Brutkasten bzw. Inkubator oder Beschleuniger, das ist der Accelerator. Beide dienen dir dazu, etwas zum Wachsen zu bringen. Im besten Fall deine Geschäftsidee. Bei Inkubatoren handelt es sich um Einrichtungen, die sich darauf spezialisieren, die Umgebung und Arbeitsbedingungen für Startups optimal zu gestalten und diesen zur Verfügung zu stellen. Sie halten neben Beratungsleistungen, Räumen und Infrastrukturen auch Finanzierungsmöglichkeiten vor. Was daran von Vorteil ist, beweist die Statistik. Startups, die Inkubatoren aufwachsen, kommen besser durch. Es scheint, als würde es sie überlebensfähiger machen. Accelerator-Programme bedeuten, du bekommst einen Mentor aus der Industrie oder von einer Uni oder auch von einer Venture-Capital-Gesellschaft. Und es gibt natürlich auch Kapital. Im Gegenzug musst du allerdings Anteile an deinem Unternehmen abgeben. Der German Accelerator trägt zwar im Namen Deutsch, hat seinen Sitz aber in Palo Alto. Microsoft bietet seinen Microsoft Venture Accelerator in Berlin an. Fazit. Es gibt also eine Menge Möglichkeiten, an Geld zu gelangen, um deine Geschäftsidee zu realisieren. Nimm dir die Zeit und schau dir alles ganz genau an. Es wird nämlich nicht jeder Weg zu dir passen. Genau anschauen heißt übrigens auch, die eigenen Möglichkeiten, deine Stärken und Schwächen ehrlich zu beurteilen. Wenn du dir ganz am Anfang etwas vormachst, wird dir das später sonst auf die Füße fallen. Natürlich kannst du die einzelnen Möglichkeiten der Finanzierung auch kombinieren. Ich freue mich jedenfalls über die Kombination von Kommentar und Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.